Hallo, ich bin Gustav. Ich war in diesem Jahr in der Kinderjury von Goldenen Spaz. Als ich meine Bewerbung abgeschickt habe und die Zusage bekommen habe, da habe ich mich voll gefreut und auf den Mai hingefiebert. Aber leider ist Corona dazwischen gekommen und wir konnten das Festival nicht steigen lassen und wir haben darauf gewartet, dass es vielleicht im September stattfinden könnte, aber es hat dann auch stattgefunden und ich habe mich riesig gefreut. Es ging dann alles sehr schnell und dann war ich dort in Erfurt. Wir haben Filme geguckt, die Juryarbeit war anstrengend, aber ich habe gelernt, mit Kindern zu diskutieren. Die Betreuer waren immer lustig und spaßig drauf. Mein absolutes Highlight war in der Woche das Abschlussfest, wo wir den Regisseuren die Goldenen Spatze überreichen konnten. Es ist wichtig, dass wir die Filme auswählen, weil Erwachsene haben meist eine ganz andere Sicht drüber. Und es war toll zu sehen, wie sich die Regisseure und Schauspieler gefreut haben. Das war eine tolle Woche.